So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Köln, Bonn, zum Flughafen. Beutel! So, ich hab grad mit dem Flughafen telefoniert. Mein Flug fliegt um 9.35 Uhr. Ich muss da sein. Und laut Navi bin ich da um 9.45 Uhr. Und dann meint er so, ja, da haben Sie Pech gehabt. Na, na, wo? Ich könnte ausrasten! Mein Flieger fliegt! Was ist das? Ich sag euch auch, Scharmot! Stau! Stau! Ich bin am Arsch! Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gelaufen! Grad geschafft noch! Letzte Sekunde, Alter! Alter, grad gelandet! Ich hab nicht mal dieses Ding, wo man so durchlaufen muss. Ich muss durch den Regen laufen! Ich bin grad angekommen. Jetzt bin ich grad hier in dieser Dingsbumsee angekommen. Oh, Alter! Ich krieg ein bisschen gruselig so. Scheuder! Was ist das da oben hier? Was ist das denn? Ich bin nicht in einem Hotel oder so. Wow! Guck mal! Krass! Oh, Spiegel! Scheiße! Ja, ich bin schon hier! Natürlich, damit das Video auch so authentisch wird, weil ich viel unterwegs bin, denken sich die Leute so, der ist die ganze Zeit unterwegs, kack der nicht, natürlich, kack ich gucke! Wie kannst du das Video, ja? Ja, krass! Ich fährt grad hier! Guck mal, wie ich aussehe! Oh mein Gott! Ja, noch? Hier, Dieter! Sehr gut! Sehr gut! Das reicht, perfekt! Dankeschön! Wir sind alle vorbereitet! Soso! Soso! Soso!